So, dann will ich euch mal zeigen, wie es bei uns im Moment so aussieht. Ja, der Balkon, da haben sie irgendeine Papier-Pergamentrolle hingeschmissen und da noch auch Papier zusammengeknautscht. Ja, da ist inzwischen die Fassade schon wieder übermalt. Leider im Moment noch mit so einem doofen Weiß. Der Boden, naja, mal sehen, ob sie es noch sauber machen. Das Gelände, überall Farbe drauf. Ah, da die Seite vom Flaschenzug. Hier meine heißgeliebte Treppe. Und die Lucke. Irgendwie muss man ja auch noch weiter runterkommen. Und vor allem bei Wind, da klappert die so schön. Und deswegen mache ich die jetzt zu. Mist, geht nicht ganz. Gerüst, Gestänge. Ach, was soll's. Ja, dann habt ihr mal ein bisschen was gesehen. Tschüss. Tschüss.